Eingefahrener Zug auf Gleis 2 S46 nach Königs Wusterhausen über Südkreuz, Neukölln, Schöneweide. Eingefahrener Zug auf Gleis 2 S46 nach Königs Wusterhausen über Südkreuz. Eingefahrener Zug auf Gleis 2 S46 nach Königs Wusterhausen über Südkreuz, Neukölln, Schöneweide. Eingefahrener Zug auf Gleis 2 S46 nach Königs Wusterhausen über Südkreuz, Neukölln, Schöneweide.